Am frühen Morgen beginnt der Tag für die Kiddie-Familie. Jan-Stefan Würstel und sein Team arbeiten mit modernsten Methoden an der Entwicklung innovativer Kindersitz-Generationen. Bettina Würstel setzt dagegen mit der Designerin die neuesten Trends aus der Modewelt in den Produktgruppen um. Gerade wenn mehrere Fahrzeuge im Einsatz sind, muss sich der Kindersitz leicht und schnell in das Auto montieren lassen. Bei Kiddie-Kindersitzen kein Problem. Binnen Sekunden ist der leichte Sitz ein- und wieder ausgebaut. Egal in welchem Pkw. Ein Spaß für alle. Schon beim Einbau zeigt sich die Überlegenheit der Kiddie-Kindersitze mit dem Original-Fangkörper gegenüber den herkömmlichen 5-Punkt-Gurten. Denn bereits nach wenigen Sekunden ist der Kiddie-Sitz vorbereit. Und so einfach sieht es mit dem Kiddie-Original-Fangkörper in der Realität aus. Einsteigen, anschnallen und losfahren. Nun kann die Fahrt losgehen. Und das im Bewusstsein bester Sicherheit. Ein Öffnen des Gurtes, das bei herkömmlichen Systemen beobachtet werden kann, ist beim Kiddie-Original-Fangkörper ausgeschlossen. Nicht selten wird der Oberkörper des Kindes regelrecht an den Sitz gefesselt. Der Kiddie-Original-Fangkörper garantiert hingegen mehr Bewegungsfreiheit. Zudem bietet Kiddie beste Sicht und besten Seitenaufprallschutz bei Kindersitzen. Wenn sich Kinder wohlfühlen, sind sie fröhlich. Und irgendwann müde. Das Wohlfühlklima entsteht natürlich nicht durch Zufall. Maßgeblich daran beteiligt ist das atmungsaktive Klimamaterial Thermotex, dessen Systemaufbau eine schnelle Luftzirkulation ermöglicht. Zum hohen Service und Komfort der Kiddie-Kindersitze gehört auch, dass sie einfach zu verwenden sind und von den Großeltern problemlos eingebaut und genutzt werden können. Die Enkel im unterschiedlichen Alter finden dann Platz in den verschiedenen Mehrbereichssitzen von Kiddie. Sicherheit ist bei Kiddie Chefsache. Das belegen auch zahlreiche Testsieger und internationale Auszeichnungen, die Kiddie-Kindersitze wegen ihrer herausragenden Produkteigenschaften erhalten haben. Auf der Kiddie-Teststrecke werden Kiddie-Kindersitze extremen Praxisbedingungen ausgesetzt. Wie links zu erkennen ist, kann es beim Frontaufprall mit Gurtsicherung zu gefährlichen Halswirbelverletzungen kommen. Während der Kiddie-Originalfangkörper auf der rechten Seite das Kind wirkungsvoll schützt. Beim Seitenaufprall ist die Knautschzone am kleinsten und das Verletzungsrisiko am größten. Deshalb setzt Kiddie gezielt hochentwickelte und extrem leistungsfähige Materialien in diesem Risikobereich ein. Dabei werden die kleinen Insassen beim Seitenaufprall durch das Zusammenwirken vieler Dämpfer weich und sicher abgefangen. Alles in allem bester Schutz für Ihr Kind. Sicherheit und Komfort in einem. Kiddie. Das Original. und das der Knaut wie amazon- excited. Als necessاحersp CRT zu bedenken, herzlich willkommen immer mehr. Kenie haben wir das ja auch um einen Nachmittag. Wenn die externen Weise einsetzen können, boom-ikalregieren weiter und abgefahren, dann bitte nur Madame Petersilie Filmates und David Trans version.